Meine Tochter, die hat auch geschaut, sie war neugierig, ist da auf den Bären zu. Ich muss dann wirklich rufen, klar, jetzt hier weg, Abmarsch. Der Per, der kam direkt. Und dann hatte ich halt auch Pramik und hab auch gerufen, der Bären kommt jetzt und bitte alle zurück, weil es hat auch niemand eine Durchsage gemacht.